Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist euer Zocker Andi. Wir spielen heute Dino Rage Defense. Willkommen zum Level 19 auf Schwer, Leute. Wir nehmen hier den da, dann können wir hier den da. Allerdings brauchen wir ein bisschen Gold. Gold, Gold oder Geld. Sonst schaut es da schlecht aus mit dem Tower. Darum werden wir hier mit Gift anfangen gleich. Und dann können wir uns noch einen Tower leisten. Ich möchte so effektiv wie möglich sein, darum habe ich das jetzt so gemacht. Gib mir nur einen Tower, sonst wird es ein bisschen schwierig. Noch einen Tower bitte. Dankeschön. So schön dreimpfeffern hier. Ich glaube die gehen sogar noch eine Runde hier. Jawohl. Gut, haut hin. Wir können uns den Flächendamage hier leisten. Den werden wir dann auch gleich ausbauen. Nächste Wave. Wave 2 von 6. So. Wollen wir noch so einen Tower. Hey, hey, hey. Die wollen die Abkürzung nehmen. Das ist blöd. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist blöd, Leute. Dann upgraden wir den hier. Müssen wir was runterlassen und den auch upgraden. Zack. Nicht mit uns. Nicht mit uns. So. Läuft, Leute. Läuft. Nächste Wave 3 von 6. Der kriegt auch sein Upgrade. Der auf jeden Fall dann. Der muss noch ein bisschen besser hier pfeffern. So. So läuft es, Leute. So kommen wir klar. Noch mehr. Alles kein Problem. Das schaffen wir. Ohne Problem. So. Ich würde gerne den upgraden. Genau. Die gehen auch so drauf. Da muss man nichts machen. Wir nehmen hier Flächendamage. Jetzt kommen die Vögel auch noch. Hier werden wir Gift hin. Denn da müssen wir ein bisschen was nachhelfen. Und zusätzlich noch das da. Da müssen wir wirklich ordentlich nachhelfen. So. Die werden wir einheisen. Warten wir bis alle zusammenstehen. Und dann BOOM. Das war jetzt nötig, Leute. Das war jetzt nötig. Flächendamage. Max Upgrade. Du ebenso. Max Upgrade. Das war wirklich nötig jetzt. So. Den kleinen Scheißer. Den kriegen wir auch noch hier. Und nächste Wave. Wave 4 von 6 sind wir. Es läuft, Leute. Kackvogel kommt. Oh ne. Der da. Puh. Der ist weg. Der. 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 Der muss weg. Weil. Der macht meine Tower hier. Irgendwie disabled der die. So. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Jawohl. Das die sich heilen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das sag ich mal. Da können wir damit leben. Warten wir mal ein bisschen Kohle. Dann abgraden wir den da. So haut hin. Jo. Das schaffen wir locker hier. Kriegen wir locker hinter. Locker flockig, Leute. eine. Nächste Wave 5 von 6. Wir werden hier noch einen von denen da nehmen. Natürlich geupgradet. Erst mehr Schwänchen. Muss abgeschossen werden. Muss abgeschossen werden. Werte beschleunigt mit denen. Nämlich. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn die so rumzischen hier. Dann ist das sehr sehr schlecht. Wir nehmen hier nun einen Sniper. Beziehungsweise. Ja. Sniper. Hier nehmen wir. Was nehmen wir hier. Äh. Hier nehmen wir auch einen Sniper. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Moos. Hammer. Nice one. Wave 6 von 6. Die letzte. Der muss weg. Hau den weg da. Jawohl. Er ist weg. So. Jetzt auf den da. Das schafft ihr Jungs. Das schafft ihr. Schön upgraden. Jawohl. Da machen wir uns einen schönen Sniper noch. Der was alles weghaut. Geht sich aus. So. Hier lassen wir was drüber. Hier werden wir mit Gift arbeiten. Und generell einmal bum 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 bum. Hier ein in die Fresse. Die halten wir mal fest schnell. So. Jetzt mal Stopp. Ist irgendwas nicht abgegradet. Hier können wir noch einen Sniper hin. Die Sniper sind allgemein sehr gut. Hier werden wir gegen das Meerschwännchen noch was nehmen. Alles geupgradet soweit. Du bist noch nicht abgegradet sehe ich gerade. Jo. Sonst haben wir es. Alles geupgradet. Okay. Lassen wir uns weiter laufen. Bälle 6 von 6. Haut wunderbar hin. Keinerlei Problem. Und wir haben es geschafft. Mit 3 Sterne. 1 2 1 2 2 3 3 3 5 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 6 5 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 10 16 18 20 20 5 20 Leute das geht sonst ins Auge. Es ist oft schwer. Glaubt mir es ist auch schwer. Das braucht man noch nicht, weil die gehen da rechts, äh links meine ich. So hier machen wir noch einen Flächendamage. Bitte auf den. So jetzt auf den. Jawoll, dass die klein werden und weggehen. Hier auch noch mal Flächendamage. Hier machen wir zwei Sniper, dachte ich mir. Vorerst mal 1er Level natürlich. Einen Trommler eventuell. Gut, scheiß auf Trommler. Machen wir einen normalen Tower. Welle 3 von 8. Können wir ein bisschen schneller lassen. Oh ne der, der, der muss weg. Der ist sehr gefährlich, Leute. Ihr seht, die nehmen die Abkürzung. Das ist ekelhaft hier. Diese Nonne gerade langsam. Der muss geupgradet werden. Wir müssen mit Gift hier arbeiten und nachhelfen. Und Eis. Wow. Geht zügig voran hier. Fast wäre uns einer reingerutschelt. So mal kurz Stopp. Upgrade. So jetzt sind uns schon welche rein. Aber ist nicht so schlimm. Wir brauchen Kohle. Das ist das. So ich werde mal das hier nehmen. Zack. Und jetzt Hammermoos. Max Upgrade. Max Upgrade. Und als nächstes du. Das war jetzt wirklich nötig. Und der muss weg hier. Der. Jawohl. Holt sie euch. So jetzt ein bisschen langsamer wieder. Der muss Max Upgrade kriegen. Der braucht eine Ausbaustufe. Und wir lassen hier noch was runter. Aus Hilfe. Der bitte weg. Weil der gibt viel Kohle. Jawohl. Jawohl. Fein gemacht. Fein gemacht. Max Upgrade. Nächste Stufe. Runde 5 von 8. Also Wave 5 von 8. Der kriegt jetzt ein Upgrade als nächstes. Aber jetzt kommen die Meerschwännchen. Okay. Aber das dürften wir hinkriegen. Sind es ja viele Meerschwännchen. Darum werden wir hier noch einen ausbauen. Max Upgrade. Das geht zackig bei uns. Leute. Gibt auch halbwegs Kohle. Das Meerschwännchen. Ich nenne es mal Meerschwännchen. Der kriegt auch aufs Maul. Das ist nicht das Problem. Max Upgrade. So wie sieht es aus. Jetzt könnte man den da mal upgraden. Hier gehen wir mal Gift hin. Dass die da ein bisschen Damage kriegen. Die upgraden wir mal. Und dann machen wir hier schöne Sniper. Und noch einen Sniper. Ja. Jo. Ich glaube das ist ganz passabel. Jetzt sind die dran da. Das geht sich auch noch aus. Nächste Wave. 7 von 8. Wir kommen halbwegs vorwärts. Hier müssen wir nur nachhelfen. Da kommt jetzt ein bisschen was hier. Ah. Da müssen wir gewaltig nachhelfen. So. Das braucht Upgrades. Und der hier ebenso. So. Jetzt können wir wieder. Das war nötig. Brauchen den Turbo gerade. Weil das wird sonst wirklich kritisch hier. Da geht zu viel durch sonst. Ich hab nichts ready. Also wir müssen uns auf das verlassen was wir haben. Aber es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Wir haben es nochmal hingekriegt. Letzte Welle. Visotos Tower mäßig. Wir stehen ganz gut da auf jeden Fall. Hier kann man nun Sniper hin. Und hier machen wir noch einen Flächendamage Tower. Hoppala. No. Geht nicht. Okay. Brauchen wir nur Kohle. Wir haben nur das Gift ready. Sonst nichts. Und das muss jetzt reichen. Das Gift gehen wir hier hin. Zusätzlich das hier. Das muss jetzt wirklich gehen. Mehr haben wir nicht. Wir haben nichts mehr ready. Aber ich glaube das geht sich aus. Wow. 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 Den. 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 Leute. Wow. Aber ein bisschen was kann ja durch. Ist nicht so schlimm. Gleich haben wir das Eisrede. Ganz wichtig. Die da vorne müssen drauf gehen. So. Zack. Einfrieren am besten. Jawohl. So geht es. So kommen wir vorwärts. Das Meerschmännchen noch. Und wir haben es. Komm schon. Jawohl. Wir haben die 20. Runde auf schwer geschafft. Wir haben 24 so Dinger da. So Forschungspunkte nenne ich es jetzt mal. Was können wir tun? Wir können die Türme noch weiter verbessern. Unseren Lieblingsturm. Was kann der? Mehr Reichweite. Kann er haben. Gerne. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss. Bis dann. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Tschüss. Das war's für heute.